Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen interaktiven Star Wars Video. Heute habt ihr die Möglichkeit herauszufinden, welche Star Wars Waffe genau zu dir passt. Ist es eine einfache Blasterpistole oder doch ein Lichtschwert? Finde es heraus. Wie ihr seht handelt es sich auch hier wieder um ein komplett von mir 3D animiertes Video, in welches ich unheimlich viel Zeit und auch Fleiß gesteckt habe. Weswegen ich mich echt freuen würde, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdet. Aber los geht's. Wissenschaft ermöglicht all die Technik in der Galaxis. Vom kleinen Comlink bis hin zum riesigen Sternenzerstörer. Die Wunder galaktischer Technologie haben modernste Ausrüstungen und mächtige Waffen hervorgebracht. Auch wenn im Kern der Galaxis zum größten Teil Frieden herrscht, geht es in den äußeren Welten oftmals etwas radikaler zu. Vor allem in Outer Rim, wo sich eigentlich niemand an die Gesetze der Republik hält. Hier wimmelt es nur so von zwielichtigen Verbrecherbossen und gefährlichen Typen, die das schnelle Geld suchen. Da ist es durchaus von Vorteil, wenn man sich zu verteidigen weiß. Dabei ist es wichtig, dass man eine Waffe findet, die auch gut zu einem passt. Deswegen frage ich dich auch gleich schon mal, was fühlst du mehr? Eine Nahkampfwaffe, mit der du mitten ins Geschehen eingreifen kannst? Oder beobachtest du das Ganze lieber aus der Ferne? Was wählst du? Den Nahkampf oder den Fernkampf?